Wie kann ich helfen, mein Herr? Seid ihr gekommen, den Kaiser um Vergebung zu bitten? Falls das ein Scherz sein soll, ist er misslungen. Treffen wir uns in der Mitte, ja? Nicht ganz etwas, das ich annehmen kann. Das war unsere Zeit kaum wert. Ja, ich werde mit Ihrem Repräsentanten reden. Morgen geht die Reise weiter. Ja! Ja, Herr, führen die Flocken zusammen. Wohin geht es? Ja, Kapitän. Wie ihr wünscht, Kapitän. Ja! Segel setzen! Wohin geht es? Wie ihr wünscht, Kapitän. Ja. Mein König! Attackieren den Feind, Edel! Ja, Herr. Ja, mein Herr! Greife den Feind an! Du das! Gott hat uns den Sieg gemacht! Ja! Sehen stolz in den, mein König! Ja, Herr! Greife den Feind an! Der Feind liegt besiegt am Boden! Wir waren siegreich! Ah! Der Feind liegt besiegt am Boden! Wir waren siegreich! Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Natürlich! Ja! Eure Befehle? Ich sorge dafür, dass sie euch fürchten! Bilde eine furchteinflößende Truppe! Mein König! Vorwärts! Verbinden die Truppen! Wir werden niemals aufgeben! Lasse die Truppen ausruhen! Eure Befehle? Ja! Natürlich! Führen die Armeen zusammen! Männer, marschiert! Wir errichten hier ein Nachtlager! Dann gehen wir an! Hier! Okay! Fähig! Dann gehen wir an! Und wir haben uns aufgeraertet! Und wir haben uns aufgericht! Und wir wollen uns aufgericht! Das war glücklich! Wenn du dir verletzt! Und wir geben ihn jetzt! Aber naja! Und wir dürfen! Mein König, abrücken! Mein Herr? Segel setzen! Wie ihr wünscht, Kapitän. Kein Wind mehr, Kapitän. Wir segeln morgen weiter. Die Wind mehr so gut sind. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Denkst du auf, Kapitän. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Eure Befehle? Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Stelle mich dem Feind ehrenhaft entgegen, mein Herr. Ehre und Stärke! Wir haben gesiegt! Gott ist mit uns, Männer! Auf in die Schlacht! Nein! Gott hat uns den Sieg gemacht! Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Ja! Morgen früh rücken! Ja! Natürlich! Euer Wille geschehe! Ja! Mein König! Ich tues, sólo ein Junge! Oh ja! Doch, der ist auch movies! Untertitelung. BR 2018 Herr? Wir trauen euch nicht. Daher bietet ihr besser etwas Sinnvolles an. Nein, nur ein Dummkopf würde dem zustimmen. Ich hoffe, jetzt kommt etwas Nützliches. Nein, ich werde nicht akzeptieren, wovon ihr sprecht. Dieses Treffen war enttäuschend. Das ist schon gut. Nein, ich werde nicht akzeptieren. Nein, ich werde nicht akzeptieren. Nein, ich werde nicht akzeptieren. Der Feind belagert uns! Riesenfehler wird er bald bereuen! Stellung halten! Sie belagern uns! Sprechung! ... ... ... ... ... Ja, Herr. Ja, ich werde mit Ihrem Repräsentanten reden. Morgen geht die Reise weiter. Ja? Herr? Ja? Sehr gerne, Herr. Bis morgen früh, mein Herr. Wie kann ich helfen, mein Herr? Tragt vor, was ihr auf dem Herzen habt. Falls das ein Scher, treffen wir uns in der Mitte, ja? Eure offene Frage findet Anerkennung. Ein faires Geschäft, oder? Was für eine Zeitverschwendung. Den Ort kann ich nicht erreichen, mein Herr. Ja, mein Herr? Sofort. Wie kann ich helfen, mein Herr? Ja, ich werde mit Ihrem Repräsentanten... Ja, ich werde mit Ihrem Repräsentanten reden. Ja, ich werde mit Ihrem Repräsentanten reden. Morgen geht die Reise weiter. Morgen geht die Reise weiter. Ich bewege mich leise vorwärts. Ich mache morgen weiter. Wir marschieren dem Untergang unseres Feindes entgegen. Nein, habt Gnade! Eure Feinde liegen tot im Schlauch, mein König! Wohin geht es? Ich habe den Enterprise für wiederum. Ich bin meine Küche lange zu gewinnen. Ich w angry, Uno. Nein, darüberhung, mit dem Schlauch Mut und Ehre, Soldaten! Wir ziehen in den Krieg! Ich wehre und stärke! Wir haben gesiegt! Eure Befehle? Vorwärts! Wir reisen morgen weiter! Wie kann ich dienen? Wer widersetzt sich dem göttlichen Mandat? Ich stelle sie vor... Ich bin Gottesdiener! Ihr wünscht die Hilfe der Kirche, mein Herr? Sie sollen den kätzerischen Schmutz nicht länger verbreiten! Zu euren Diensten! Wisst ihr eine neue Geschäftsgelegenheit? Wie ihr wünscht! Ihr Handel wird bald der unsere sein! Ja, ich werde mit dieser Ressource handeln! Wie kann ich dienen? Das ist schier unmöglich! Ich werde mit dieser Ressource handeln! Ich bin gerne mit dieser Ressource! Das war die Ressource! Das war die Ressource! Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Wir werden niemals aufgeben! Bewegung! Mein König! Männer, marschiert! Heute gehen wir... Euer Wille geschehe! Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Gott ist mit uns, Männer! Auf in die Schlacht! Ja, mein König, belagere den Feind. Die Belagerungsarmee steht euch zur Verfügung. Gott steh uns bei! Unsere Feinde belagern uns! Oh, oh! Ich weiß, was sie toni nicht harm ist. Aber ich bin so genieeto. Ich bin so geniepterig. Ich bin so geniehgam, aber ich bin so geniehörig. Ich bin so geniehör, wie ich ein hemoslassen. Die Hölle- und ich bin so geniehρω, wie es die Hölle- und ich bin. Hier ist es nicht so geniehörig. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, ich werde mit Ihrem Repräsentanten reden. Morgen. Ja, Herr. Ja, ich werde mit Ihrem Repräsentanten reden. Morgen geht die Reise weiter. Morgen geht die Reise weiter. Mein Herr. Werf den Anker. Wir segeln morgen weiter. Ja, ich werde mit Ihrem Repräsentanten. Ja, ich werde mit Ihrem Repräsentanten. Ja, ich werde mit Ihrem Repräsentanten. Natürlich. Wir reisen morgen weiter. Ja, ich werde mit Ihrem Repräsentanten. Ja, attackieren den Feind, edler Herr. Ich sorge dafür, dass Sie euch fürchten. Vergesst die Höflichkeit, Männer. Wir zeigen keine Gnade. Ja, bereit machen zum Entern und angreifen, Männer. Mein Herr, wir haben gewonnen. Wohin geht es? Mach die Enterhaken bereit, wir greifen an. Sieg! Bereit machen zum Entern und angreifen, Männer! Mein Herr? Kamer Jan Buss Musik 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 Wir hören uns gern neue Worte an. Aber ob wir einwilligen, kann ich nicht sagen. Nein, ihr haltet uns wohl für Narren. Oder Schlimmeres. Musik Vielleicht jetzt einmal etwas Ausgewogeneres? Musik Heute hat die Diplomatie versagt. Ah! Ah! Okay. Be paused. Used 2 Soperator 1 HP Was sonst? Ja Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben das Überraschungsmoment auf unserer Seite. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Ja. Heute gehen wir nicht weiter, mein Herr. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Ich bin ein Ehre, euch zu dienen, Herr. Mein König! Ja, Herr. Greifen den Feind an, mein König. Euer Wille geschehe. Ja! Sehen stolz in den Kampf, Herr. Der Feind liegt besiegt am Boden. Wir waren siegreich! Stärke, Ehre und Sieg! Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Ja! Stellt Wachen auf! Wir machen hier Rast, Männer! Halten hier Wache, mein Herr! Morgen früh rücken wir weiter vor, Männer! Ich sorge dafür, dass sie euch fürchten! Wir marschieren morgen weiter! Ich sorge dafür, dass sie euch fürchten, Herr. Vorwärts! Wir reisen morgen weiter! Euer Wille geschehe! Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben den Hafen nun blockiert, Herr! Mein Herr, alle Wege zu diesem Hafen blockiert! Wir haben den Hafen! Musik Mein König! Natürlich! Eure Befehle? Ja! Mein König! Eure Befehle? Eure Befehle? Ja! Eure Befehle? Trennen die Armeen! Vorwärts! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Sie belagern uns! Tötet sie, wenn sie näher kommen! ZDF, 2020 ZDF, 2020 Herr? Ja! Ja, mein Herr. Eure Befehle? Ja, Herr. Mein König! Natürlich! Wir reisen morgen weiter! Ja, mein Herr? Ja, mein Herr. Eure Befehle? Ja! Ja, Herr. Greifen den Feind an! Wir marschieren dem Untergang unseres Feindes entgegen! Ein überwältigender Sieg! Das leert eure Befehle! Ja! Eure Befehle? Eure Befehle? Mein Herr! Natürlich! Ja! Männer! Marschiert! Wie lautet euer Befehl? Ja! Ja! Ja, Kapitän! Wie die Befehle! Wie je ihr zuvreden! Die Befehle! Ja! Wie ist es? Wenn ihr sie zuvreden mögen, wie eine Oberöden, Musik Und wie sieht es? Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Aaaaaah! Ich begebe mich in Position. Ich bewege mich leise vorwärts. Heute gehe ich nicht mehr weiter, mein Herr. Ich mache morgen weiter. Mein Herr? Wohin geht es? Flottenzusammenschluss. Ja, Herr. Führen die Flotten zusammen. Ja, mein Herr. Streifen an. Mein Herr, wir haben gewonnen. Mein Herr? Segel setzen. Mein König! Abrücken! Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Ja! Ja! Wie ihr wünscht, Kapitän. Segel setzen! Ja! Männer, marschiert! Wir werden niemals aufgeben! Marschiert los! Bewegung! Edel Feind! Ihr solltet uns fürchten! Spannende! Die Flotten, der sich auswählen. Die Flotten, der sich auswählen. Der sich auswählen. Die Flotten, der sich auswählen. Ich stehe zu Diensten. Ja, ich werde mit Ihrem Repräsentanten reden. Morgen geht die Reise weiter. Stellung halten! Sie belagern uns! Unsere Feinde waren siegreich. Wir müssen uns zurückziehen. Wir errechnen hier ein Nachtlager. Mein Gott! Der Schein ging besiegt am Boden! Wir waren siegreich! Mein König! Vorwärts! Heute gehen wir nicht weiter, mein König! Wir reisen morgen weiter! Ich bin Gottes Diener. Wie kann ich dienen? Ich bin Gottes Diener. Wie kann ich dienen? Natürlich, mein Herr! Stelle mich dem Feind ehrenhaft entgegen, mein Herr! Wir kommen aus. Ich bin Gottes Diener. Ich bin Gottes Diener. Ja! Ja, abrücken. Mein König, eure Befehle? Wohin geht es? Gehen von Bord. Flotten Zusammenschluss. Ja. Mein Herr? Macht die Ente, Haken, bereit. Wir greifen an. Wohin geht es? Bereit machen zum Enten und Angreifen, Männer. Sieg! Eure Befehle? Ja. Männer, marschiert! Eure Befehle? Ja. Eure Befehle? Abrücken. Ja. 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 Sehr gerne, Herr. Bis morgen früh, mein Herr. Musik Musik Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Gott ist mit uns, Männer! Auf in die Schlacht! Morgen früh rücken wir weiter vor, Männer. Mein König! Attackieren den Feind, edler Herr! Euer Wille geschehe. Vergesst die Höflichkeit, Männer! Wir teigen keine Gnade! Vergesst die Höflichkeit, Männer! Musik Herr! Ich begebe mich in Position. Das kann ich nicht, Herr. Ich bewege mich leise vorwärts. Bis morgen früh, mein Herr. Heute gehe ich nicht mehr weiter, mein Herr. So, Herr. Her war nur mit Sicherheit. Zu euren Diensten. Zu euren Diensten. Errichte eine Handelsroute. Zu euren Diensten. Ich werde bis morgen früh ruhen. Zu euren Diensten. Ich werde bis morgen früh ruhen. Welche Ehre, mein Herr. Ja! Mein Herr? Ja, mein Herr. Greifen an! Mein Herr, wir haben gewonnen! Ja! Segel setzen!